Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 29. Oktober Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. 1. Korinther 1, Vers 18 An einem Vormittag schlenderte ich durch die Straßen Straßburgs. Ich kam an dem Gebäudekomplex des Europaparlaments vorbei, vor dem die Fahnen der europäischen Länder flatterten. Kurz nachher geriet ich in eine sehr andersartige Welt. Da stand ich in der alten Kirche Sankt Pierre-le-Jeune. Die Küsterin war eine originelle Frau. Bei mir, sagte sie, können Sie den Europarat sehen. Nicht wie er ist, sondern wie er sein sollte. Damit führte sie mich vor eine Wandmalerei aus dem 13. Jahrhundert. Auf dem Bild sind die europäischen Länder als Reiter dargestellt. Jeder trägt die Fahne seines Landes. Und alle reiten auf das Kreuz Jesu Christi zu, unter dem geschrieben steht, Ave crux, unica spes. O Kreuz, du einzige Hoffnung. Die Küsterin berichtete leise. Wenn die Herren vom Europarat hierher kommen, erkläre ich ihnen, wie sie hier eine klare Weisung bekommen könnten. Eine kluge Frau Der Politiker August Winnig sagte, Europas Ursprung ist das Bekenntnis zum Kreuz. Dies Bekenntnis schuf den geistigen Raum, in dem die Vielfalt der Völker zur Einheit verwandelt wurde. Es gibt also nichts Wichtigeres, als dass wir uns mit dem Kreuz des Sohnes Gottes beschäftigen. Aber diese Beschäftigung wird wertlos sein, solange das Kreuz uns nur eine Sache der Vergangenheit bleibt. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft, sagt die Bibel. Es ist ein Unterschied, ob ich über elektrischen Strom theoretisch Bescheid weiß, oder ob dieser Strom meine Zimmer hell macht. Wir dürfen in das Erlösungskraftfeld des Kreuzes kommen. Im Kreuz ist Kraft. Herr, danke dir für diese Kraftstation neuen Lebens. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Jesus Christus, segne dich.